Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ralf Schütt und im heutigen Video geht es um das folgende Thema. Ja, wenn ich das jetzt also für meine Steuer machen will, denn Sie sprachen jetzt für diesen circa 20 Prozent, wie mache ich es dann richtig und genau? Also das steht dann... Ja, das ist eigentlich aus dem Programm dann ersichtlich. Sie müssen dann, also das ist so ein, wie soll ich sagen, so ein bisschen Schwammi-Schwammi. Also Negativbeispiel, in Berlin hat mir die Stadt Berlin gesagt, dass mein Grundstücksanteil 80 Prozent ist. Das fand ich richtig. Da haben die einfach gesagt, Berlin ist pleite, also gucken die, dass sie jeden ausquetschen. Ja, 80 Prozent und ich hatte ein Problem. Das war richtig ätzend. In Hamburg habe ich das immer so Pi mal Daumen gemacht. Wie gesagt, 18, 20, 22 Prozent passte meistens. Es gibt eine Möglichkeit, dass Sie das nach diesen Miteigentumsanteilen rechnen. Das mache ich aber jetzt nicht, weil sonst... Ja, sonst... Und dann hängt es aber auch wieder davon ab, was das Finanzamt der Ansicht ist, was Ihr Grundstück wert ist. Da können Sie in Hamburg beim Gutachterausschuss, äh, Stadt Hamburg anrufen. Warnung! Da kostet, glaube ich, die Minute 3,69 Euro. Dafür, dass Sie aber als Eigentümer, wenn Sie die Wohnung gekauft haben, diesem Gutachterausschuss kostenlos einen Fragebogen ausfüllen müssen. Das finde ich wirklich dreist. Immerhin zahlen Sie das Porto für Sie. Ja, ja! Ja? So, ähm, also Gutachterausschuss, ich hatte so eine Diskussion, ich habe mal in der Nähe von Frankfurt ein Haus gekauft, da wollte mir mein Finanzamt nicht den Grundstücksanteil, da hatte ich den Grundstücksanteil, ich glaube, bei 4 Prozent angesetzt, was natürlich für mich richtig gut ist. Das gelingt Ihnen beim Einfamilienhaus normalerweise nicht. Das war aber in der Lage, verhältnismäßig ländlich, und da hatte ich mir die Zahlen auch vom Gutachterausschuss, der übrigens kostenlos war, mit dem man richtig schön klönen konnte, geben lassen, und da habe ich dann die Zahlen von zwei Jahren vorher, die sind ja immer zwei, drei Jahre alt, ja, die Preise gehen ja meistens nach oben, also von daher ist das gut, wenn die Preise alt sind, habe ich das angesetzt, habe dann, glaube ich, 3,5 Prozent durchgesetzt bekommen. Das war cool, aber ich musste diskutieren. Baufinanzierung Schütt